Also ich finde die von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften initiierte Studienstiftung ein hervorragendes Instrument für junge Leute und ich selbst hätte mir das eigentlich gewünscht als junger Mensch, vor allem aus dem ländlichen Raum kommend, dass man möglichst früh realisiert, hey, da gibt es irrsinnig viele Leute, die denken so wie du denkst, die interessieren sich für die gleichen Dinge, die sind auch so wie du bist, vielleicht weil du eben ein bisschen anders bist. Und das erleichtert dann diesen Einstieg in die Wissenschaft oder auch in andere Wege. Und heute auf der anderen Seite stehend faszinieren mich die jungen Menschen, das Arbeiten mit ihnen, weil ich sehe das große Interesse für die unterschiedlichsten Fachgebiete, aber auch die Bereitschaft zu diskutieren, sich auch gesellschaftlich einzubringen. Und insofern war die Studienstiftung auch für mich als Lehrende ein Prozess, ein Lernprozess und der letztendlich dazu geführt hat, dass meine Sicht auf die Welt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf die Jugend und auf unseren Nachwuchs wesentlich positiver ist. Und insofern unterstütze ich diese Initiative sehr gerne, ich arbeite sehr gerne als Vortragende und ich rege auch sehr gerne junge Menschen an, sich zu beteiligen, überall in Österreich. Es ist keine Wiener Initiative, es ist eine österreichische Initiative und ihr alle solltet bei ihr mitmachen.